Willkommen zu einer weiteren Runde Overwatch. Ich spiele heute wieder Wanked. Ich mache jetzt ab jetzt immer nur ganz viele Cuts auf jeden Fall. Ich habe gehört, das kommt richtig gut. Aber ja, ich war beim Friseur. Ich habe eine neue Facecam-Rab. Wunderbar, oder? Wunderbar. Willkommen. Diese Folge hier wird es auch übrigens in wunderbaren 2K-Auflösung geben. Zusehen, weil es auch mit 2K aufgenommen wird. Und nicht nur in 2K-Auflösung zu sehen. Nein, 60fps 2K, liebe Freunde. Das Problem an der Sache ist, dass ich tot bin. Nee, aber wirklich, das Problem ist, bei YouTube, wenn ich eine 2K-Video mache, ich werde das veröffentlichen. Also meistens veröffentliche ich Videos, wenn sie verarbeitet werden von YouTube. Da sitzt ihr auf 1080p, 60fps. Aber die 2K-Auflösung 1440p. gibt es oft immer erst relativ spät bei YouTube, leider. Das ist einfach an YouTube, weil YouTube sehr, sehr langsam einfach verarbeitet. Das heißt, wenn die 2K-Auflösung auf YouTube mit 60fps, ist dann meist erst nach irgendwie gefühlt einem halben Tag verfügbar. Manchmal geht es auch richtig schnell. Sehr oft leider nicht. Oft leider gar nicht. Und das ist leider bei YouTube so. Mann, die blöde Trazer. Haha, Mama. Nein, 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 ich bin stecken geblieben. Ich bin stecken geblieben. Nein, 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 nein. Sie schreibt, Leute, oder er? Ja, aus Panik stecken geblieben, wurde gestorben. So lobe ich mir da. Ich hätte vielleicht... Ah, komm, ich habe sie noch bekommen. Soll ich mal nicht meckern? Ich habe sie noch bekommen. Ich habe ziemlich viele bekommen, ne? Ich bin tot. Reinhard! Ich bin übrigens noch nicht eingerankt. Ich wollte es mal erwähnt haben. Ich muss noch meine Plays mit Matches machen. Ich habe mal eins gemacht. Glaube ich. Ich glaube, er ist eins. Jetzt mit der Season hier. Ey, ich bin echt kacke. Ich lasse mich dann dauernd von der Tracer holen, ne? Ähm. Oh, ich glaube, das habe ich direkt verkackt. Weil ich so lange kein Oma-Watt-Spiel gespielt habe, dass ich mir erst mal einspielen muss. Aber das ist eben mit Junkrat. Ich habe so lange kein Junkrat mehr gespielt. Das ist ja... Ich muss mich mehr einspielen, Leute. Das ist doch... Das ist der Wahnsinn. Ja? Das ist der Wahnsinn. Helden. Sterben. Habe ich euch bei. Ja. Widow ist down. Widow ist down. Ja, ja, ja. Die Widow ist down. Leute. Ne? Es war ewig kein Junkrat mehr gespielt. Und ich muss trainieren und üben. Und da hast du dich gesehen. Aber... Den Tag gerettet. Ne? Den Tag gerettet. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Overwatch ist immer noch eins der wenigen Spiele, was ich echt cool finde, man. Obwohl es das jetzt schon ein paar Jahre gibt. Das Ding ist ja ein Overwatch, äh, ein Overwatch, genau. Am 9. Oktober gibt es bei OW übrigens das nächste Event. Und zwar Halloween-Event ist am 9. Oktober. Wollte ich mal erwähnt haben. Ich freue mich da schon drauf tatsächlich auch. So enger Raum und ich treffe nix. So lobe ich mir das. So ein enger Raum und nix stirbt. Und irgendwas ist auf dem Point und holt ihn jetzt in Ruhe. Ärgerlich. Ich... Ich hab drei Gold bedeutend. Ich weiß nicht, was sie ja dann haben. Also ich hab meinen Job erfüllt, ne? Na gut. Dann werde ich halt jetzt in der Runde ein bisschen Wildhawken, ne? Das ist das Tu-Wort von Wildhawken. Wildhawken. Kennt man doch. Ich hab vor, wieder vieles Verschiedenes auch zu machen. Zum Beispiel mal, äh, werde ich wieder in Sea of Thieves reingucken. Und mit Zombie und Ari, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm. Und allgemein, da kommt jetzt demnächst das neue COD, Battleground. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ich möchte auch die Overwatch-Videos und so so ein bisschen minimal ausschneiden. So gut es geht, so wie ich es schaffe und kann. Ich bin ja kein Schnitt-Profi. Ähm. Und auch mal wieder mit Facecam und so. Wenn ihr da Lust dazu habt, lasst einen Kommentar, dort eine Bewertung. Ich würde mich freuen, ja? Bei 200 Likes, Freunde. Zieh ich mich aus. Aber ihr seht das nicht, weil ich mach das nicht. Mit Facecam kriege ich Ärger. Aber bitte, ich möchte die Zeitung ausgeben. Attacke! Wildhawk! 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 Wuh! 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 Okay, sorry. Es tut mir sehr leid. Erstmal daneben gehobt. Läuft bei mir. Zaya, du Blöde! Nein! Da kam... Die Heiko hat mich nicht mehr erwischt so richtig. Aber beide Tanks sind down. Nutzt das, Freunde! Liebes Team! Go! Ja, beide Tanks sind tot. Hopp! Hol euch den Point! Das ist... Oh, guck, die rasieren. Ich sehe rechts schon. Mercy tot. Junk mit tot. Läuft. Da haben wir den Posten ja relativ flott erobert. Schneller als die auf jeden Fall. Okay, so. So, dann hoffen wir, kriegen wir den zweiten Posten auch relativ schnell. Das wäre natürlich wunderbar. Au! Wir haben auch einen Junkwet jetzt, ne? Mann! Ich blöde Nuss! Ich blöde Nuss! Mann, das kann nicht wahr sein. Ihren Tank ist tot. Nein! Ich wollte unbedingt die Mercy aufhalten. Dass sie nicht wetzt. Und dann bin ich gestorben durch... Oh, ne. Durch die Mercy? Wahrscheinlich hat der McCream hier so einen Schaden gemacht mit... Hi, nun. Dann konnte ich die Börse easy would. Mann! Biergling ist das bitte. Liebe Leute, was ist hier los? Ne? Was ist hier los? Ich bin hier nur am Rumstrick. Aber wir haben einmal den Posten kurz gerochen. Dammit! Was ist das? Ah, Panik, heil. Mir geht's gut. Hauptsache daneben hocken ein Dauern. Ja genau, dann kommt der Sohn rein an. Mein zweites Placement-Match steht danach aus, dass wir es verlieren werden. Ich bin ehrlich zu euch, das sieht gar nicht gut aus. Mann, ich hab gehofft, die Bubble geht vorher weg. Und dann, ach, das ist doch der Horror. Mann, es kann doch echt nicht sein. Nein, ich bin keine Hilfe heute. Ich hock nur daneben. Sorry. Gar keine Hilfe gerade, das ist der Wahnsinn. Na gut, dann geh ich halt rum, ne? Das wird nix. Das wird einfach nix. Einfach nur ärgerlich. Ich hab gehofft, ich könnte vielleicht den Point holen, so um die rum geht. Da der wegkommelt. Aber der Plan ging natürlich nicht auf. Wer hätte das gedacht? Ach. Ideien sind auch nicht mehr so. Ich bin nur noch Silber. Leute. Ich bin ein Loser. Das bitte ich. Ich bin ein Loser. Das ist ein Loser. Ich bin ein Loser. Woher? Ich bin ein Loser. Ich bin ein Loser. Auwa. Mama. Rashid. Natürlich überlebst du. Na, Typ. Komm, ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Das ist doch Mobbing. Ja? Fast die Zahl ja gehabt. Und dann macht ihr diese Barbel, dann bin ich dann noch eingedingst. Mobbing. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Wir waren so nah. Wir waren alle auf dem Point. Wir hätten die nur vertreiben müssen. Läuft nicht. Zweites Placement-Match. Trauer. Oh. Granat. Aua, was soll das denn? Hallo. Na, bleib mal hier. Natürlich, woher kommt denn jetzt der Stun? Meck blöd, Mann. Ey, komm. Diese... Stirb, Saya. Die ist unsterblich. Mann. Die wird immer nur geboostet und hast du dich gesehen. Diese... Diese... Boah. Gar keine Chance. Sorry, aber... Was soll man da denn da machen? Was soll man denn da machen? Ha. Man muss auch mal bei Ranked verlieren können. Wenn ich nur gewinne... Obwohl ich der Beste bin. Natürlich, das wissen wir alle. Bin der krasseste OB-Spieler in Deutschland. Aber wenn ich nur gewinne, ist ja langweilig. Ist ja einfach nur... Einfach nur öde. Mit wegen wirst man auch verlieren können. Ich wusste es. Ich hab so gewusst, dass diese... Ey, ich komm ja auch... Ey, ich krieg zu viel. So, jetzt hier los, 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 ey. Ne, wir sind schon wieder alle am sterben. Wir sind auch nur alle immer durchgehend geboostet, ne? Ich hab aber einen gekillt. Immerhin. Ja, heute nehmen wir die Rolle. Also, wir laugen es nicht. Oh, Mann. Leute, auch als bester Overwatch-Spieler Deutschlands. Der, der ich ja deutlich bin. Verliert man mal, ne? Play of the game. Das spricht für mich. Ne? Das spricht für mich. Guck. Wie ich da um die Ecke... Wam, bam. Oder... Puh. Dann bin ich da rein und hab einfach alle gekehlt. Und... Habt ihr... Einfach krass. Daran sieht man einfach, dass ich der Beste bin. Mann, 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 Mann. Geil. So, das war eine Runde Overwatch. Danke fürs Zusehen. Lasst euch gerne ein Like da, eine Bewertung. Bitte ja. Los, tappt auf mehr Videos. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.